Nach zäher und kontroverser Debatte hat der SPD-Vorstand Olaf Scholz einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Am 11. Januar soll die Entscheidung noch auf einem Parteitag bestätigt werden. Passend zu der Entscheidung geht nun der Cum-Ex-Prozess in die nächste Runde. Der Hamburger Cum-Ex-Ausschuss befragt dazu eine ganze Riege namhafter Zeugen. Es in einem der größten Finanzskandale. Im Zentrum diesmal die HSH Nordbank. Welchen Effekt hat das noch auf den Wahlkampf und auf Olaf Scholz? Mehr dazu gibt es im heutigen Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 26. November. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Es gibt News von ThyssenKrupp, das Wetter heute und was ihr jetzt beim Thema Führerschein beachten müsst. Jetzt schauen wir auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Dreieinhalb lange Jahre schon müht sich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, schönes deutsches Wort, kurz heißt es PUA, der Bürgerschaft um die Aufarbeitung des Cum-Ex-Bankenskandals in Hamburg. Kurz vor Ende der Wahlperiode warnt sich nun fast schon ein spektakuläres Finale der zehn Aufklärungsarbeit an. Denn bei der 65. Sitzung am 6. Dezember werden sich Politprominente aus Hamburg und Kiel als Zeugen die Klinke in die Hand geben. Geladen sind fünf ehemalige und aktive Regierungsmitglieder. Sie alle müssen zu den Cum-Ex-Geschäften der HSH Nordbank aussagen, die ehemals gemeinsame Landesbank beider Länder. Diese hatte von 2008 bis 2011 nach eigenen Angaben 29 Cum-Ex-Diets abgewickelt und sich 112 Millionen Euro Kapitalertragssteuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt hatte. Und das als staatliches Geldhaus, das mit mehreren Milliarden Euro aus den Steuertöpfen von Hamburg und Schleswig-Holstein vor der Pleite gerettet werden musste. Mein Kollege Markus Lorenz weiß mehr. Warum hat denn der PUA seinen Untersuchungsgegenstand nachträglich um die HSH Nordbank erweitert? Weil die HSH in früheren Jahren ebenfalls Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat und das nicht zu knapp. Es geht immerhin um einen Steuerschaden von 112 Millionen Euro. Interessant dabei vor allem, die HSH Nordbank war damals eine Staatsbank, gehörte also den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Inwiefern lässt sich denn jetzt bereits sagen, wie Olaf Scholz beteiligt war? Die Rolle von Olaf Scholz in Sachen Cum-Ex-Geschäfte der Privatbank Warburg ist auch nach dreieinhalb Jahren Untersuchungsarbeit umstritten. Er selbst behauptet weiterhin keinen Einfluss auf einen Steuererlass genommen zu haben. Die Opposition glaubt, das Gegenteil. Beweise gibt es allerdings nicht. Kannst du uns einen Ausblick auf den 6. Dezember geben? Wer ist dabei und was ist da so zu erwarten? Für den 6. Dezember sind gleich fünf hochrangige Politiker vor dem Ausschuss als Zeugen geladen. Ein voran Olaf Scholz, jetziger Kanzler, vorher Bürgermeister von Hamburg, aber auch zwei frühere Spitzenpolitiker aus Schleswig-Holstein, Peter Harre-Kassensen, langjähriger Ministerpräsident und die Ex-Finanzministerin Monika Heinold. Sie alle werden zu den HSH Nordbank-Geschäften mit Cum-Ex befragt werden und zur Aufklärung dieser Vorgänge. Inwiefern wird denn der Termin einen Effekt auf den Wahlkampf haben? Das Thema Cum-Ex wird sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen im Wahlkampf. Die CDU-Opposition wird Olaf Scholz sicherlich genüsslich daran erinnern, dass dieser vor dem Erlass von Steuern für die Warburg-Bank aus Cum-Ex-Geschäften sich mit den Bankmanagern getroffen hatte. Scholz behauptet, er habe danach keinen Einfluss auf die Entscheidung des Finanzamtes genommen, aber seine Erinnerungslücken im Zusammenhang damit sind nicht sonderlich glaubwürdig. Ja, Scholz sagt bereits zum dritten Mal vor dem Ausschuss aus. Seine ersten beiden Auftritte gerieten phasenweise zur Farce. In den stundenlangen Befragungen wollte sich der Kanzler Patou nicht an die kleinste Kleinigkeit seiner Gespräche mit der Warburg-Spitze erinnern können. Vielen Dank an Markus Lorenz. Jetzt blicken wir darauf, was in Schleswig-Holstein noch gerade wichtig ist. Deutschlands größte Stahlfirma ThyssenKrupp Steel Europe will in den kommenden Jahren mehrere tausend Stellen abbauen. Die Zahl der Arbeitsplätze soll innerhalb von sechs Jahren von aktuell rund 27.000 auf 16.000 schrumpfen, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach sollen etwa 5.000 Stellen bis Ende 2030 durch, in Anführungsstrichen, Anpassungen in Produktion und Verwaltung abgebaut werden. 6.000 weitere Stellen sollen durch Ausgliederungen auf externe Dienstleister oder Geschäftsverkäufe ausgelagert werden. Dies gehöre zu wesentlichen Eckpunkten für ein industrielles Zukunftskonzept. Damit reagiert das Unternehmen, das mehrheitlich dem Industriekonzern ThyssenKrupp gehört, auf die Nachfrageschwäche am Stahlmarkt. Die Produktionskapazitäten sollen von derzeit 11,5 Millionen Tonnen pro Jahr auf nur noch 8,7 bis 9 Tonnen gesenkt werden. Das entspreche der Versandmenge des vergangenen Geschäftsjahres. Die Kieler Werft ist nicht betroffen. Der Führerschein soll bis 2033 in der EU ein einheitliches, fälschungssicheres Format bekommen. Um alle Beteiligten auf das dann nur noch gültige Checkkartenformat zu bringen, müssen rund 43 Millionen Dokumente umgetauscht werden. Das betrifft generell alle Führerscheine für Pkw und Motorrad, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Autofahrer der Geburtenjahrgänge 65 bis 70 sollten bis zum 19. Januar 2024 ihren Führerschein in ein neues EU-Dokument im Checkkartenformat umgetauscht haben. Bis zum 19. Januar 2025 sind nun alle ab den Jahrgängen 1971 zum Umtausch aufgefordert. Ja, und wer den alten Lappen oder die alte Karte als Souvenir behalten will, kann das auch machen. Das Dokument wird natürlich vorher entwertet. Alle Fristen gibt's über den Artikel einzusehen. Das Wetter Ja, und nachdem ich gestern etwas irritiert meinen Mantel vernachlässigen und im Pullover draußen unterwegs sein konnte, blicken wir noch einmal ganz kurz auf die Temperaturen heute. Es bleibt überwiegend bewölkt. Es gibt teilweise Schauer und es weht ein mäßiger, zeitweise auch ganz frischer Südwestwind. An der Nordsee kann es in Böen auch stürmisch werden. Bei Höchstwerten um die 9 Grad kann es an der Ostsee vereinzelnd auch gewittern. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch, den 27. November um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich zum Nachlesen auf shaz.de und auch zum kostenlosen Anhören in unserer Hörbar-App. Habt einen guten Start in den Tag!